Und ich bitte nun ganz, ganz herzlich noch ein bisschen aufmerksam sind. Wir wollen diesen Wort Gottesdienst und diese Feierlichkeit jetzt bitte in Ruhe weiter gestalten. Wir laden euch jetzt rein, dass ihr mit euren Familien hinausgeht auf die Straße. Aber bitte noch ein bisschen warten. Ich möchte eine Ordnung bekannt geben. Ich lade euch alle ganz, ganz herzlich ein, dass am Beginn die Kinderbetreuerinnen gehen mit den Brotkörben. Es findet dann nach den Laternen und so in unserem neuen Kindergarten das Brot teilen statt. Ihr seid herzlich eingeladen, da mitzumachen. Also bitte zuerst die Betreuerinnen, die gehen dann, wenn die Jagdformleser zu spielen beginnen, zur großen Kirchentüre und warten dann auf die Familien vom rechten Kirchenschiff. Dass dann alle nachgehen, die im rechten Kirchenschiff und die hinten stehen natürlich gleich anschließen. Dann bitte ich auch zur gleichen Zeit, die Familien vom Chor herunterzukommen, auf sie teilnehmen. Untertitelung des ZDF für funk, 2019 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020